Willkommen zurück zu Uri. Ich hatte nach dem letzten Mal eine kleine Pause. Und man hört es vielleicht, ich bin ein bisschen verschnupft. Also will ich stärker näsel als sonst. Ich kann gerade nichts dafür. Gut, dann mal los. Es sind immer noch ein Ginso-Baum. Und ich frage mich gerade, was das da sein soll. Oh. Ach. Ja, das fängt ja schon super an. Nee, da komme ich nicht hoch. Ach, das ist nicht hoch. Okay. Nee. Oh je. Oh nein, ich habe... Nein, ich habe zweitschgeräte. Ach so. Okay. Aber jetzt habe ich die Tür da hinten nicht aufgekriegt. Doch, die geht auf, okay. Okay, na, da hatte ich ja direkt vor dem Speicherpunkt das letzte Verschluss gemacht. So, nach dem anfänglichen Problemen nochmal gut gegangen. Okay, die Dings da bleiben offen. Ich kann hier nirgendwo mehr hin, ne? Nein. Mir ist übrigens aufgefallen in den Aufnahmen, dass man öfters mal das Klicken und Klacken von meinem Controller hört. Ähm, ich fürchte, das kann ich jetzt so ohne weiteres nicht mehr ändern. Also, ich hoffe, es stört nicht allzu sehr. Das Herz des Ginso-Baums bewahrte das Element des Wassers einst sicher auf. Doch nun ist es verdorben. Gänzlich verfault und verwest. Ach, das geht noch weiter. Wir müssen ihm helfen. Es heilen und den ganzen Schmutz beseitigen, indem wir den Verfall rückgängig machen. Und zwar auf beiden Seiten. Ähm, wie ist das mit beiden Seiten gemeint? Ich kann doch nicht... Ich kann es nicht einfach beschießen. Okay, einer weg. Aha, also der wird noch für irgendwas gebraucht. Uiuiui. Ich kann es nicht mehr auf den Sack. Dann kann ich es auch leben kriegen, ne? Okay, jetzt so langsam sehe ich den Sinn mit dem Wegstoß, wie man das vernünftig nutzt. Ich fand es zwar wirklich nicht sonderlich im Twitch-Thief, aber jetzt, wenn man sich dran gewöhnt hat, ist das wirklich cool. Oh, das war jetzt nicht so gut. Ey, lass mich da durch! Ach, Gott. Es war jetzt nicht so... Soll ich das vielleicht auch ein bisschen geschickter machen können, wenn wir mal drauf... Ähm... Da ist wieder so eine Spinne. Oh, schieß mal. Ach, da kommt sie nicht dran vorbei. Neee... Nochmal. Aha! Geht auch. Was... Kann ich sonst noch was mit dir anfangen? Komm ich aber jetzt nicht weiter, ne? Nö... Nö... Ah, schon ist sie wieder da. Ich bin nur dafür da gewesen. Ach so... Ja, fast. Ach, falsche Richtung. Ich muss ja dran denken, ich bin ja derjenige da. Richtung, feier Richtung. Wer geht? So geht das. Oh, hier kann ich runter, ne? Ah! Da komme ich noch nicht hin. Ach so, das ist wahrscheinlich für nachher, wenn ich dann hoch will. Okay, da ist wieder ein Schuss. Äh... Was ist das jetzt da links rum? Ich speichere mal. So, dann kann ich das schon mal brauchen. Also... Hä? Was mache ich denn jetzt mit diesen... Dinger, die du hängen? Nein, ich habe mich verdrückt. Ach so, jetzt verstehe ich. Oh, ja, da muss ich erst mal den Weg voll machen. Jetzt verstehe ich, was ich machen soll. Hat ein bisschen gedauert. Also, ich muss mit dem... Dinger an den Schuss umlenken. Dafür muss ich ja vor dem... Ach, jetzt habe ich das Ding nicht gekriegt. Ach so, weil der noch nicht frei ist. Oh, okay. Aber dafür muss ich vor den Weg... ...komplett frei kriegen. Damit das dann hier kaputt geht... ...und ich das dann öffnen kann. Aber das hier kann ich nicht abrufen. Warum nicht? Na doch, kann ich jetzt schon. Warum gehen das denn gerade nicht? Jetzt ist nur die Frage... Ähm... Ah, nee. Nee, nee, ist okay. Er hat es hier erledigt. Falsch! Komm, schieß nochmal. Hallo. Tschüss. Ach nee. Ach. Ja, toll. Jetzt habe ich natürlich nur das Ding da zerstört. Ach, ich blöd, Mann. Komm, schieß nochmal. Bitte. Nein, so. So, so. Nein. Nee. Mann. Mach es doch nicht komplizierter, als es ist. So, ich habe es schon wieder nicht gekriegt. Halt hier, ich habe es schon wieder. Halt hier, ich bin hinten. Och, Mann. Genau, richtig gelandet. Also nochmal, komm. Da hin. Das ist doch nicht wahr. Oh, oh. Oh, oh. Oh. Schon weg, ne? Oh. Oh, 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 oh. Oh, nee. Muss man diese Viecher dann wieder platt machen. Also nochmal. Oh. Wobei das natürlich auch eine Möglichkeit wäre, ne? Hm. Muss doch. Ja, ne. Es bringt mir nix. Mann, oh. Komm her. Ach, ich hab das schon wieder daneben gesetzt. Ach, Mann, ich... Irgendwie den treffe ich nicht richtig gut. Nicht da reinspringen. Ach, Mann. Also noch mal. Jetzt aber. Komm. Nein. Nein, 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 nein. Das Beste ist, der wird mir auch nix bringen, weil der macht erst mal das Viech kaputt. Auch mal. Ja. Oh? Oh nein, durch das Kissen zu weit gesprungen. Das darf doch nicht wahr sein. Das darf nicht wahr sein. Jetzt komm schon. Ach. Nee, 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 nee. Ob ich das jemals schaffe? So, komm. Ich hoffe, ich habe mich schießen. Jetzt habe ich noch rein. Ach, endlich. Habe ich jetzt alle, ne? Ja, habe ich. Hat ja auch nur eine kleine Ewigkeit gedauert. Oh. Weg ist es. Ähm. Und jetzt? Was mache ich denn jetzt damit? Was mache ich denn jetzt damit? Aha. Jetzt können wir das Element des Wassers wiederherstellen. Wenn wir diese Aufgabe erledigt haben, liegen noch zwei weitere vor uns. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.